Moin ihr Sonnenscheine, pass auf mit wem du sprichst, über wen du sprichst und was du sagst. Meide zu neugierige Menschen, die alles wissen wollen. Denn wer große Ohren hat, hat doch ein großes Klatschmaul und ertappt. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin.